. . . Unser Sohn beantwortet derzeit Fragen nur, wenn man sie schriftlich an ihn richtet. Lass mir einen Aschenbecher mit. Die Franzosen haben uns geschluckt. Wie lange ist los? Müssen wir das Haus verkaufen? Sagen Sie, führen sie auch Landschaften? Was macht eigentlich Ihre Frau? Die führt eine Galerie. Ich könnte Ihnen einen ejakulierenden Acrylfallus anbieten. Mich hat er sehr berührt, wie er seine Einsamkeit und seine Sprachlosigkeit thematisiert hat. Er hat sich leere Zettel an den Arsch getackert. Er ist einfach nur bescheuert. Linus, hast du den Michelangelo gesprengt? Nein. Ah, ist sie das? Ist das die leidende Nachbarschlampe? Lassen Sie mich mit Ihrem Psychoscheiß im Ruhe, okay? Und, Charles? Wie läuft's beim Bund? Alles Bestes. – Vielen Dank. – Vimmst! Wishing that reality is more Warum antwortest du nicht, wenn ich mit dir rede? Können sie nicht anklopfen, ich hätte ja auch nackt sein können.